Hallo ihr Lieben, das ist ja schon mal ein paar Therapeuten bzw. Coach in Hamburg und ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, ich gehe mal gleich rein in die nächste Mail. Was das Thema war, könnt ihr ja dem Titel Notfalls entnehmen und von einem Mann, Kostowskow und er schreibt bzw. nennt seine Mail, ich habe mir einen Partner manifestiert, aber ist es der richtige, bzw. nee, das war eine Mail, die ich mal von ihm besprochen habe, vielleicht verlinke ich das Video hier nochmal. So, mittlerweile mache ich auch deine Kurse, aber auch ohne Kurse, nur mit deinen YouTube-Videos und deinen Büchern war das schon ein riesiger Schritt in die richtige Richtung. Es stimmte übrigens, tatsächlich ganz viele Eigenschaften, die ich mal nicht festiert hatte, trafen auf meine neue Flamme zu. Es war fast nicht zu glauben, dass wir in manchen Lebensbereichen fast exakt in dieselbe Richtung blicken. Leider hatte ich vergessen zu manifestieren, dass die Bindung sicher sein soll. Ja, das Universum ist manchmal wirklich erstaunlich. Ja, wie soll ich mal sagen, also was wir manifestieren, ist schon das, was wir tief drin auf dem Plan steht jetzt so, sage ich mal. Und das ist vielleicht nicht immer unbedingt das, was unser Verstand denkt. Und ich gehe nicht zu sehr ins Detail, weil ich glaube, dass ihr das peinlich wäre. Das möchte ich respektieren. Je näher wir uns kamen, desto weiter wegrückte sie. Ich war einfühlsam, hatte ihr gesagt, dass ich das früher auch hatte und nur nicht wusste, was es ist und dass es viel besser geworden ist. Auch wenn ich, wenn ihr hin und her mir wieder ein wenig Verlustangst getriggert hatte, die ich aber ganz okay im Griff hatte. Ja, jetzt muss man dazu auch sagen, dass viele Pluspole, die sich so für ganz normal, sind ja auch normal, ist jetzt das falsche Wort, aber die sich so für ganz unauffällig halten, vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es auf dich zutrifft, aber manchmal auch ein bisschen needy und ein bisschen drückend und einnehmend rüberkommen. Das muss man auch immer sagen. Man guckt immer nur auf Minus-Pole und ich wollte auch mal wieder mehr auf die Pluspole gucken, weil die denken immer so, sie machen ja gar nichts, aber wie gesagt, nur mal so zum Nachdenken, manchmal machen sie eben doch was. Hier die Top 5 rote Flaggenparade. Es gab noch viel mehr. Nach den Sex immer nach Hause gehen. Das ist natürlich echt doof. Spontan alleine in Urlaub, ohne zu fragen, ob ich mit will, dann mal jeden Tag anrufen. Ja, gut. Weiß jetzt nicht, vielleicht hat sie mehr Zeit als du. Wie gesagt, das muss man alles im Einzelfall sehen. Manchmal machen die Minus-Pole auch einfach Dinge, die im Pluspole auch gut zu Gesicht stehen würde, weil die fragen halt nicht nach. Die machen halt das, wo sie Bock drauf haben. Während die ja Pluspole oder ob sie ein bisschen co-abhängig sind und dann immer nachfragen, wann kann ich das jetzt machen. Und deswegen match das Universum und so mit Leuten, die so ein bisschen egoistischer sind. Sie vermisst mich ganz doll etc. Fotos sind. Ja, okay, nett ist es nicht. Mir ständig sagen, dass sie mich nicht verletzen will. Sich selbstständig sagen, dass sie nichts wert sei, beziehungsweise alles schuld sei. Ach Gott, das hört sich aber auch ein bisschen durcheinander an, ne? In Klammern machte mich wahnsinnig. Viertens, komische, wenn auch nachvollziehbare Begründungen, warum sie mir ihre Wohnung nicht zeigen kann. Das ist eine ganz komische Sache, wo ich ständig drüber stolper an letzter Zeit. Für mich ist das eine dicke rote Flagge. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass es die größte ist von den fünfen hier. Aber die finde ich extrem gravierend. Extrem gravierend. Ja. Man, ey, wieso? Wieso? Also, da könnt ihr gerne mal kommentieren. Also, man liest das so oft. Also, das ist das crazy wirklich. Die Begründungen zeigen letztendlich nur, dass sie es anderen immer recht machen will. Naja, der schon mal nicht. Und null auf sich und ihre Bedürfnisse achtet. Na, das weiß ich nicht mit dem Urlaub fahren. Das macht sie ja schon, ne? Bei ihr würden die Gefühle erst nach der Trennung heftig auftauchen. Nach rund zwei Monaten Dating mit viel Nähe und Sex ging es mir nicht super schlecht, aber auch nicht super toll. Ja, also man kann es ja auch nicht immer in Plus, Pol, Minus, Pol so, ähm, genau aufteilen. Ähm, manchmal sind Leute auch einfach, weiß ich nicht, total durcheinander irgendwie und instabil und, und dann mal so, mal so, heiß-kalt. Und, äh, was habe ich mitgenommen noch? Und, äh, nee, das hatten wir schon. Diese Frau ist trotz ihrer Probleme eine Seele, die zu mir gepasst hätte. Das war mir ziemlich schnell klar. Ich habe sicher auch rote Flaggen bei ihr produziert. Keiner ist perfekt. Das wäre auch zu viel verlangt von uns beiden. Ich kann auch ein wenig pushy sein. Ja, das ist auch, glaube ich, eine wichtige Sache. Das sollten sich auch diejenigen, die das hören und sie denken, sie wären überhaupt nicht pushy, sollten sich das mal überlegen. Ich zeige meine Verliebtheit, irgendwann ziemlich offen und ehrlich. Ja, wenn man das ohne Erwartungshaltung macht, ist das ja auch in Ordnung, aber häufig produzieren wir halt in, in, äh, 3D oder, oder auch, ja, gehobenen 3D-Beziehungen, äh, produzieren wir halt häufig noch dieses, na, ne, machst du's jetzt auch, ne, ich bin jetzt verliebt, ist es auch verliebt, diese Sachen, ne. Äh, das war hier genau falsch. Aber ich bin so, falle wie früher in ein tiefes Loch? Nein, ich merke, dass ich festen Boden unter den Füßen habe, leicht angeschlagen, weiterlaufen kann. Ja, das ist doch Entwicklung, ne. Hab ich Groll oder Wut auf die Dame? Das ist wohl die schönste Erkenntnis, seitdem ich mit deinem Material arbeite. Da ich selbst weiß, dass ich in meiner Vergangenheit selbst so oft im Minuspulver, selbst die Nummer mit dem, nach dem Sex weggehen, äh, hab ich auch gemacht. Ich bin ja nicht böse. Da mein Elternhaus, äh, ziemlich schwierig war, war mein Herz eh immer verschlossen. Komischerweise hab ich in dieser Kurzverbindung tatsächlich etwas Wundervolles lernen dürfen. Was es bedeutet, wenn ich tatsächlich mehr mit den Herzen anfange zu fühlen? Ich habe kein verletztes Ego mehr, was früher mein Standort nach Trennung wirklicher Art war. Oh, das hört sich aber doch richtig gut an. Ich hab ihr aus vollem Herzen gesagt, dass ich sie gehen lasse, da ich nur jemanden an meiner Seite haben will, der auch wirklich dahinter steht, dass man mir versuchen will, Tag für Tag einen Schritt gemeinsam gehen. Sie bestätigt auch, dass sie diese Herzverbindung spürt, aber trotzdem gehen will. Ja, das ist ja fast schon conscious uncoupling, wie man manchmal so sagt, ne. Ähm, ja. Gut. Gut, gut, gut. Kein Geschrei, kein Gezeter, kein Runter, äh, sind einer fertig machen wollen, ist doch gut. Äh, natürlich gab noch die Frage, ob wir nicht Freunde mit Sex bleiben könnten. Äh, Freunde mit Sex will ich nicht, kenne ich auch, hatte ich schon öfter, am Ende holt immer einer. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Zusammenfassung. Ein weiterer Fortschritt ist der, dass ich es offensichtlich geschafft habe, keine Volkkatastrophe zu erleben. Ich hätte ja dir nicht die erste Mail geschrieben, wenn ich mir nicht ganz sicher gewesen wäre. Im Endeffekt habe ich etwas über mich gelernt, aber auch gelernt, dass ich meinen Standards und D-Wreckern vertrauen sollte. Ja, das ist eine der wichtigsten Sachen, was, äh, das ist eine der häufigsten Sachen, die ich in E-Mails lese, dass, ähm, nicht auf die, äh, Standards vertraut wird, ne. Also man hat die zwar, aber man setzt die nicht um, ne. Ich bin stolz darauf, dass ich versucht habe, einige meiner Standards durchzusetzen, die sie dann auch akzeptiert hat. Da es nicht wirklich toxisch zu ging, wie sie mit anderen Ex-Frauen vor mir sehe ich keinen Grund, ihre Nummer zu löschen. Ja, wenn du nicht liebeswichtig bist. Sie ist halt nicht gemacht für eine echte Bindung, das sagt sie auch selbst von sich. Gut, das allein ist ja schon eine ziemlich, äh, problematische Aussage, ne. Sie ruiniere immer alle Beziehungen, also wer das sagt, den muss man nicht verurteilen, aber das ist kein, äh, kein, wie soll man sagen, Relationship Material, ne. Also ihr wisst schon, wie ich es meine. Aber, äh, ich finde das sehr fair, wenn Leute das sagen. Ich meine, man steht da, wo man steht und viele wollen auch gar nicht, wollen auch gar nicht in Beziehung sein eigentlich, ne. Da wäre es eigentlich gut, sie würden das sagen und das ist ja schon ein Hinweis drauf, wo, was sie für Themen da so sieht und das ist ja nur, nur fair, ne. Herzlichen Dank für deine Arbeit und freundlichen Grüßen, genau. Bär ist, einige Freunde meinen, das sei noch nicht vorbei, aber ich glaube daran, dass man alten Kaffee besser nicht auskocht, aufkocht. Ja, gut, deine Freunde haben ja nicht die Kurse gemacht und Videos geguckt, denke ich mal an und werden deine, deine, äh, deine Entschlossenheit wahrscheinlich noch gar nicht kennen, ne. Sehr schön, vielen Dank für die Mail. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.